yo werte ladies herzlich willkommen zur nächsten folge mit von und mit black spot sagen wir mal so ich hoffe wir sind wieder in einer random map ich hoffe es kommt eine map die wir noch nicht haben und diese haben wir noch nicht das ist das nicht ist das nicht sehr schön hier haben wir definitiv noch nicht aber da freue ich mich ja wir sind aber ich bin aber leider auf der verkehrten seite und ich habe die falsche waffe in der hand definitiv noch schnell wechseln die ak 47 das ist auch eine ziemlich große map aber das sollten wir hinkriegen hier ein wenig zocken ah fuck hätte ich mir doch lieber erst nach rechts geguckt nein so ne scheiße jo jaaa so ne was so 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 boah leckt mich am arsch da duckt die sau sich alter da duckt die ratte sich Hier ist die Luft rein. Hier ist die Luft rein. Die Luft ist die Luft. Die Luft ist hier so rein. Was ist denn für ein Wanderer? Ich habe vergessen. Egal! Nützt ja nichts. Naja, ist gut. Bleib ruhig braun, ey. Das ist auch eine ziemlich große, verwinkelte Map. Hier läufst du dir auch eher den Arsch ab. Wie man sieht. Ich hoffe, die Musik von meinem Nachbarn ist nicht zu hören. Der ist schon wieder hier. Der merkt sich heute schon wieder nicht. Das auf dem Freitagmorgen. Boah. Dieses Rumgezappel, Alter. Bleib doch einfach stehen, wenn ich dich erschieße, Mann. Was? 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 Von wo? Aha. Boah, nett. Jetzt habe ich auch noch den Granat. Ey, merkt ihr das nicht, dass da oben einer sitzt? Wir brauchen Backup. Wir brauchen Backup. Guck doch mal richtig in die Ecken rein, du Vogel. Ja, der Schuss hat sie jetzt auch gebracht, ne? Sag mal, Alter, was ist mit dir? Hier. Warum latscht ich mir das Kind hinterher? Was? 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 Das ist was. No, der wird nichts zu tun. Du hast nichts zu tun. Oh, du hast nichts zu tun. Ich weiß nicht, was will ich sein. Was? Nein. Nein, 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 nein. Alter, die gucken da auch nicht hoch. Die Latschen hier schön fleißig vorbei. Die beachten das gar nicht. Hier war auch gerade einer, sonst würde da mein Kollege nicht liegen. Siehst du? Was, 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 was? Wir müssen hier irgendwo herkommen. Oh, Alter. Dann noch nicht warz, ein Schwein. Oh. Die Schritte, die so laut hört, ne? Irgendwas ist hier gerade gestorben in meiner Nähe. Was, 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 was? Ich habe keine fucking Idee. Was das war. Boah. Hm. Ach, verdammt. Da oben ist keiner. Drin. Ich würde da eine Knarre in die Hand nehmen, ne? Drin und kleiner Tipp. Am Rande. Drin und kleiner Tipp. Da sitzt doch noch einer. Na, wo ist die Sau? Da ist er doch. Na, 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 na. Fuck! Oh, wir sind deutlich, deutlich im... Die latschen da fleißig dran vorbei, Alter. Die merken das nicht, dass da oben welche gesessen haben. Mann, 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 Mann. Also manchmal hast du auch Teamkollegen dabei, die kannst du ja sowas von... Wir brauchen Backup. Nee. Nee, nee, nee. Die gucken nicht. Ich glaube auch irgendwie gerade schon die ganze Zeit den selben Weg, ne? Merkt ihr das? Da war die Runde auch schon zu Ende. Mensch, Niederlande. Ja, toll. Ah, die Runde war ja nicht ganz so praktisch, ne? Aber naja, egal. Hat Spaß gemacht. Spaß! Hat's gemacht. Wie haben wir gespielt? 10,3? Ich war negativ? What? Egal. Beim nächsten Mal läuft es bestimmt besser. Und wie immer, wenn es euch gefallen hat, liken, abonnieren, kommentieren. Oder was auch immer. Sucht es euch aus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.